So, moin Freunde, heute Bau einer Stadt, also Bau eines Spielplatzes Part 1. Zuerst dieses Teil da reinstecken, dann so ein Teil nehmen, reinstecken, dann, das ist egal in welcher Farbe, so in die Mitte stecken, dann noch so ein schwarzes auch durchstecken und jetzt einfach nur noch so, so durchstecken und eigentlich ist die Papier jetzt schon fertig. Aber, ich hole kurz noch zwei andere Teile. Jetzt, da zwei Einer da sind, einfach jetzt unten, eine Minute. So, da zwei Einer jetzt dran sind, einfach irgendwo auf so eine Grüne Platte stecken und die wird jetzt fertig. Ende.